Soll ich für uns beide bestellen? Ja, sehr gern. Was steht denn auf der Karte? Wir nehmen etwas Racht. Racht. Und eine doppelte Portion Glatscht, nur eine Soße bitte. Glatscht, Usubal. Und als Beilage hätten wir gern Silmkach. Ist das vielleicht zu viel für zwei? Silmkach. Drago. Darf ich es sehen? Frisch und köstlich. Das kann ich auf keinen Fall essen, Julien. Ich weiß, wie es aussieht, aber trotzdem... Die Karte, die Gedenne, Frackville. Doga, wo ich tach. Die Hotel Glapogul. Porte, Boll. Die Karte, die Gedenne. Ganz ehrlich, Kunden, die wissen, was sie wollen, sind mir am liebsten. Nichts ist widerlicher als halbtotes Racht. Äh, ja. iggling. Gak, take all. Bis zum nächsten Mal.